Ich bin Meister Lampe, Gastronom und Erfinder. Sie kennen das Problem. Ein heißes Essen auf kaltem Geschirr, ein No-Go für die gute Küche. Vergessen Sie alles, was Sie über Tellerwärmer zu wissen glaubten. Ich zeige Ihnen, wie es besser geht. Warme Teller, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Mit einem Tellerwärmer unter 5 Kilo. Caterless Friend liefert den Tellerwärmer auf Wunsch in einer praktischen Tragetasche. Leichter, günstiger und dynamischer als ein Tellerwagen. Wie, 40 Teller sind Ihnen zu wenig? Kein Problem, wir können auch 80 Teller. Der Tellerwärmer wärmt mit einem raffinierten Lüftungssystem 40 Teller innerhalb von 45 Minuten, bei 80 Tellern 60 Minuten und bei 120 Tellern 75 Minuten. Schnell und flexibel für Buffets, Events und Catering, egal ob groß oder klein. Wie, 80 Teller sind Ihnen zu wenig? Wir können auch 120 Teller. Der Tellerwärmer ist leicht zu transportieren, weil er gerade mal 5 Kilo leicht ist. Dank der Glasfasertechnik ist er außerdem sehr robust. Unser patentiertes 850 Watt Heizlüfter-System verfügt über eine Temperatur-Sensor-Technik, mit der bis zu 120 Teller gleichzeitig effizient und energiesparend erwärmt werden. Der geräuscharme Tellerwärmer ist handlich und flexibel erweiterbar. Er wärmt schnell von der Kaffeetasse bis zum Menü-Teller, auch zum Warmhalten von Brot, Brötchen, Baguette und Brezeln geeignet. Gastronomen in 13 Ländern vertrauen auf den Mehrwert des mobilen Tellerwärmers. Sei es am Buffet, im hektischen Arbeitsalltag der Großküche oder beim Eventkochen. Nutzen Sie außerdem die Werbemöglichkeit der Haube durch flexibel austauschbare Werbung. Sowie die individuelle Bestickung Ihrer Haube für mehr Aufmerksamkeit beim Gast. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem mobilen Tellerwärmer und zufriedenen Gäste, Ihr Meister Lampe.